und herzlich willkommen hier zurück zu evil genius 2 world domination und wir haben wir haben den auftrag oder das müssen wir gerade mal gucken wir haben hier noch neben aufträge ach so genau den handlanger das wird doch ein spaß weil der ist ja nur ganz weit weg so was haben wir optional verhöre scherge schließe fünf pläne ab ich bin in der kaserne immer noch wie viel brauchen wir jetzt 25 alter verdiene 200.000 gold nee 200.000 trainiere techniker noch zwei stück schließe die kundung an die region ab gut und in der hauptmission müssen wir ja den den schwert meister wieso kann ich das nicht ja wir müssen den schwert meister wir müssen den schwert meister nehmen ja gut okay dafür müssen wir dann wahrscheinlich unsere radio station erst mal ausbauen das wird jetzt auch interessant was haben wir hier noch globale aktivitäten wir müssten jetzt rein theoretisch hier hinten war der schwert meister irgendwo da da kommen wir aber nicht hin das heißt wir müssen erst mal hier und dafür brauchen wir keine sende leistung wieso gilt denn das jetzt so ja das heißt wir müssen erst mal unsere sende leistung ausbauen kann man das irgendwie hier noch gut ja dann hilft ja alles nichts dann müssen wir unsere station erweitern geht glaube ich gar nicht mehr wir müssen eine neue bauen oder weil die hier schon ein bisschen arg enges ja wir müssen eine zweite bauen das passt mir jetzt natürlich gar nicht das müssen wir so lassen ja dann würde ich sagen wir bauen hier ich starte mir erstmal wieder das spiel und dann bauen wir eine kontrollraum nicht was ist mir arsenal also nur neue deko stühle und chemikalien fahrzeug wo war denn der versorraum bin jetzt drohe ma gerade wer doch kontrollraum genau und kontrollraum war es alles klar also kontrollraum 1, 2, 3, 4 So, und dann Wir machen das Ganze mal so, würde ich sagen Schade Eins länger und dann hätten wir noch eins reingekriegt Äh Dann machen wir es auf die andere Seite Äh, drehen bitte Ein Was machst du? Äh, wir machen nochmal drehen Achso, er Akku So Äh, Deko brauchen wir keine Wir machen mal noch die Dinger hier mit rein Einen hier und Na komm, einen hier So, los geht's So 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 Sieht krass aus, oder? Können wir auf der Weltkarte noch irgendwas anklicken, was uns wieder Kohle bringt vielleicht? Was ist denn das hier? Ja, das ist schon im Gange. Ist hier noch irgendwas mit Geld? Das ist doch auch noch Geld. Ich glaube, wir müssen die verbessern, oder? Wir brauchen hier fünf Berichte. Was ist denn das? Wir haben fünf Berichte. Aber wieso kann ich dann hier die Sendeleistung nicht verbessern? Doch, jetzt geht's. Haha. Ja, komm, ist egal. Brich ab. Wir müssen jetzt erstmal das hier machen. Und wir müssen wieder, ähm, wir müssen einen Wächter trainieren. Ne, zehn lang eigentlich, oder? Wir machen mal, wir machen das mal so. Dass wir hier stets im, im Flow bleiben. So, wie weit sind die mit meinem Raum? Äh, was sagt er eigentlich? Ich meine Strom. 24 Strom haben wir noch. Das ist gut. Dann können die ja hier jetzt, äh, bearbeiten, oder? Dann könnten wir auf der Karte mal gucken, ob sich das jetzt schon, äh, ausbezahlt hier. Also, ja, sehr schön. Ist das jetzt verbissert? Ah. Was bringt mir das jetzt? Schön. Ich komme immer noch nicht hier hinten dran. Ich muss das hier komplett erkunden, oder was? Ah, guck mal. Hier gibt es noch mehr zu erkunden. Sehr schön. Perfekt. So, dann erkundet mal schön. Vielleicht habe ich dann Glück und komme dann hier schon dran. Aber hier gibt es noch nichts, oder was? Ich komme auch immer noch nicht dran, oder? Nee. Oh, meine Kohle schwindet. Na ja, dann establisht ihr mal da. So, hier der Hubschrauber ist auch schon auf dem Weg. Sehr schön. Da liegt ein fettes Boot. A new criminal network has been established. Ach, guck mal. Sechs Arbeiter. Ja, da können wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Kohle scheffeln. Das machen wir. Hier gibt es irgendwie nix, gell? Was ist das hier? 100 alle fünf Sekunden. Dafür brauchen wir drei Techniker. Ja, aber Kohle ist Kohle, oder? So, und mit den, äh... Das sollte ja jetzt hier auch ein bisschen flüssiger laufen vielleicht. Mit den Plänen. Ich check nicht, was die zwei hier zu sagen hat. Gibt es hier irgendwas, was ich, äh... Da liegen drei Schiffe. Ich muss wahrscheinlich die Dinger hier ausbauen. Was ist das hier? Ein Pferd über Zeit ein Argon. Okay. Alter, 20 Berichte brauche ich dafür. Was brauche ich denn, um das hier auszubauen? Fünf wieder. Vier haben wir schon wieder. Das ist gut. Gut, die Computer haben sich, äh... Rentiert. Dann können wir das nämlich auch gleich verbessern. Hoffentlich. Das wird dann hier hinten mal so schnell wie möglich rankommen. Hier gibt's nix im Moment, gell? Doch, hier. Sehr schön. Schließen wir die Erkundung. Ja, das, äh... Ja, das sind eh immer die gleichen. Aber... Ich denke mal, wir können jetzt verbessern. Sehr schön. Ja, dann müssen wir das halt kurz abbrechen. No problem. Wichtiger ist hier, das zu verbessern. Was ist so hier? Scherge? Ach, das ist der, der da hin muss, oder was? Ha! Billy Schmidt reist in die Welt. Na, Billy, dann reiß mal in die Welt. Verfolgen wir mal kurz. Hihihi. Die warten schon alle. Da. Wie könnte ich denn die Kamera... Uh... Okay. Da, hebt er ab. Und tschüss. Okay. Alles klar. Wir könnten, äh, ihn hier... ...mal hier reinstellen. Heim is money. Ist noch keiner für faster, faster. Die sind alle essen anscheinend. Ah, ja, okay. Da wird schwer trainiert hier. Nicey. Sehr schön. Äh... Das ist updated jetzt hier. Wo ist denn jetzt hier mein Geldhahn? Hier war doch irgendwo ein Geldhahn, oder? Der ist jetzt weg. Alter. Okay, das ist mal krass hier. 12.000 jede Sekunde. Insgesamt 120.000. Also 10 Sekunden lang. Ja, okay. Brauche ich aber 20 Berichte für. Und das hier... ...entfernt den Arquo. Und so, was ist denn jetzt hier? Was ist denn das? Ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich da hinten dran komme. Steht schon vor der Haustür, aber irgendwie... Kann ohne ein kriminelles Netzwerk keine Pläne durchführen. Also schätze ich mal grob, dass ich hier irgendwo hin muss, oder? Das Brot. Hm, 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 hm. Ab Schlussdurchforschung freigeschaltet. Kann ich in der Forschung? Warte mal gerade. Äh, globale Aktivitäten. Amateurfunkgerät. Oh, äh, mein Dings ist voll. Also das hier. Dann machen wir mal das hier. Research has begun. an wir fangen die händisch zu unterziehen naja schon in arbeit dann können wir nämlich das hier vielleicht als zweites machen das müssen hier du musst in der kampagne weiter vorankommen diese funktionen freizuschalten ok ok alles klar dann werde ich wohl das machen und anschließend ist vielleicht noch ein bisschen mehr das ist eigentlich das wollte ich doch gar nicht das wollte ich die einen einnahmen sind höher als die ausgaben das ist schon mal ganz gut dann nann 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 was hier dieses diese fiebel das ist eine fiese fiebel ach so ok ok ja ich muss den handlanger weil ansonsten ich weiß noch nicht wie ich weiß doch nicht wie und ich will hier die knete alter aber ich glaube ich werde erst das hier ausbauen müssen jetzt breche ich aber das dann wieder ab ja naja egal das ist wichtig dass wir das hier alles rundherum schön ausbauen da steht sogar ein leuchtturm wie süß was sagten hier der akron ist schon bei 18 ja das ist ein leitz главное dass wie wo wo from we ja wo wo Bis zum nächsten Mal.